Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead Effect 2. Ja, ich habe jetzt mal Steam nochmal geschlossen, geöffnet. Ich habe nochmal, ja, meine Verbindung, also meine WLAN-Verbindung getrennt, wieder neu aufgebaut und, ja, keine Ahnung. Guck. Irgendwie läuft hier was nicht richtig. Also es liegt wahrscheinlich tatsächlich an meinem Internet, dass das gerade hier so ruckelig läuft. Finde ich persönlich scheiße, ehrlich gesagt, aber ich kann es nicht ändern. Äh, ja, jetzt ist halt wieder die Frage, ne, das ist eigentlich eine, sind die besser, sind das, das ist immer. Thunderplate, ja. Das ist halt so eine Sache. Overlord. Ich glaube, die können nicht mal verkaufen. Equip auf jeden Fall. Was machen wir jetzt damit? Das ist die andere Frage. Es ist manchmal echt nicht immer einfach. Ich habe nur noch 91.000, damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Scheiße. Sorry. HP 428, das ist eine, ach man. Aber hier habe ich mehr HP und alles. Gut, ich verliere natürlich die anderen Sachen wieder, ne. Ach, das ist doch scheiße. Ich weiß nicht, was ich da... Power... Ja. Ich habe keine Ahnung. Healing from Grey. Ja. Wenn ich jetzt noch das hier hätte... Dann würde das funktionieren. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das überlege ich mir lieber nochmal. Das ist mir echt zu... Ähm... Was ist das? Okay. Ich lasse das einfach mal. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Was haben wir denn hier bei den Implantaten? Fünf. So, dann gehen wir mal langsam, ne. Und das hier. Aha. Aim, zoom. Die rüste ich jetzt aber auch nur auf, weil, ähm... Die ein höheres Level haben. So. Warte mal, war da nicht irgendwas mit dem Geer gewesen? Play, ne. Egal. Okay. Dann gehen wir hier mal raus. Da haben wir noch neue Sachen. Da gucken wir dann auch mal. Das wird dann halt auch mal eine halbe Folge wieder mit ein bisschen gucken. Und... So. Hier stehen wieder tolle Sachen für euch. Die könnt ihr gerne lesen. Und sonst... Joa, haben wir eigentlich nichts. Dann geht's weiter. Ah, Danit hat was für uns. Ja, aber nur ein bisschen. Oh ja. Oh ja. Joa. Joa, aber wie ich gerade sehe, kann ich das sowieso nicht. Weil ich nämlich nichts frei habe. Ja, gut. Okay, mit Mannequin sollen wir auch nochmal quatschen. Okay. Okay. Natürlich. Klar. Ja, ich kann nicht viel ausgeben jetzt. Was ich aber dringend brauche... Da, da. Okay. 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 Ich hoffe, die reichen. Äh... Das ist eine Regular und das ist eine Legendary. Ich weiß jetzt schon, dass die... Oh, die macht 11.000 Schaden. Oh, Mann. Die kann ich mal. Bis 17. Die macht jetzt schon 11.000 Schaden. Ich werde die mal ausprobieren. Ich werde die mal ausprobieren. Ich werde die mal ausprobieren. Aber... Ich werde die mal ausprobieren. Ich versuche die einfach mal. Kann sein, dass das scheiße ist, aber... Ich... 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 Okay. Ja, gut. Ähm... Ob wir wollen oder nicht? Aber wir müssen. haben wir hier vielleicht was abgeschlossen wahrscheinlich eher nicht start und sonst war nichts okay na dann wollen wir mal danke ich hätte gerne easy weil ich bin mädchen dann hätte ich gerne easy ach nee ich muss doch gleich echt mal dringend was essen scheint gerade ein bisschen besser zu laufen da ist wieder wasser jetzt ist es schon wieder ruckelig habt ihr das gemerkt warum ist das hier so gut und da wird es jetzt scheiße ich verstehe das ja jetzt ist wieder schlecht ich verstehe das nicht ist mir echt eine nummer zu hoch gerade ich gucke mich erst mal so ein bisschen um okay der hat schon appetit da unten hier ein tablet zum durchlesen für euch weiter geht's ja ich bin immer carefully okay wow wo kommst du denn hier alles alles klar sag mal ich hasse diese viecher nix da was ist denn heute los ich habe ja jetzt schon so viel verbraucht hier ich hasse die viecher kannibalen sind das ist klar meine herren komme ich jetzt hier mal ein stückchen weiter sag mal das spiel kann mich heute nicht leiden oder ich habe wieder nur vier dinger frei ich habe wieder viel das macht schon scheiße verdammt wo kommt der mit einmal her ja bitte geld ist immer gut okay ich gehe hier oben nochmal eben ein bisschen gucken wegen und so money oder anderen tollen sachen aber ich glaube hier war nix mehr so von hier bin ich ja gekommen kann ich da noch was aufnehmen warum ist das hier schon wieder so ruckelig ich verstehe das einfach nicht was denn heute wieder los ist hier ich habe auch schon die ganzen downloads also die aktualisierung von den spielen die ich so habe schon angehalten dass da nichts mehr ist aber ich habe absolut keinen plan was hier heute abgeht ich weiß es nicht also es war ja schon immer bisschen ruckelig gewesen aber warum das hier so ist ich habe keine ahnung das ist mir heute echt ein rätsel hier ne da wollte ich nur noch gar nicht reinlaufen scheiße jetzt bin ich da schon reingelaufen obwohl ich da nochmal hin wollte scheiße verdammt könnte man auch sagen ja das ist gut ich brauche nämlich die money unbedingt ist ja nicht so dass es hier irgendwie ein bisschen also du kannst dich hier scheiße echt verlaufen das ist gut okay das ist gut ich wollte ja nur einer ich kriege nichts mehr okay money ist voll da war ich schon da muss ich hin okay okay damn it's not working minikin here fix panel panel no electricity you go generator finds what oh yeah i'll go look for a generator minikin waits there are power generators in the hole jetzt muss ich die generatoren finden ja da rennig doch wieder drei jahre durch die gegend und finde den weg nicht okay uh-huh oh go 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 Ich stirb. Ich möchte da hin. So, kann ich hier nochmal aufladen? Ja, super. Danke. Ja, okay. Das kriege ich hin, ne? Würde ich sagen. So. Na, ein bisschen höher. Ja. Perfekt. Ja, ich bin ja schon am gucken. Ich versuche mein Glück. Trotzdem fuchst mich das, dass das heute so scheiße läuft, das Spiel. Ich hasse das. Das ist für euch auch kacke, weil es nämlich sehr ruckelig ist dann. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was es heute ist. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo die ganzen Generatoren sind. Da ist Minikin auf jeden Fall. Hallo Minikin. Ich habe keine Ahnung. Dann müssen wir wahrscheinlich dann wieder nach unten, oder so. Denke ich mal. Ich glaube nämlich nicht, dass die hier oben sind. Ich hasse das. Warum ist das denn heute so ruckelig, Mann? Das Spiel hat heute echt ein Megaproblem. Also, wo sind die Generatoren alle? Mal hier unten nochmal hergehen. War hier noch irgendwas? Nein, so groß ist das Areal ja nun auch nicht noch. Ich gehe nochmal da unten lang. Vielleicht ist da nochmal was. Einmal noch. Ah, da ist noch einer. Ja, ja. Alter, wo kommst du denn mit einmal her? Ja, natürlich. Toll, Nadine. Noch einer. Ja, natürlich. Wow, bist du aber schön geflogen. Ja, jetzt hat er da hingekotzt. Du bist doch doof, ey. Mann. Ich merke schon, dass die Folge wieder viel zu lang wird. Deswegen, wo es jetzt gerade so ruhig ist, mache ich hier einen Schnitt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.